Heute präsentiere ich euch von der Firma Fischer den Curve DTX. Der Curve DTX ist ein hochsportlicher Ski aus der The Curve Serie, die ein bisschen vielfältiger ist wie die RC4 Serie, was bedeutet, dass er 2 mm breiter unter der Bindung ist und damit bei schlechten Schneeverhältnissen ein bisschen mehr belagsseitig mehr Fläche hat und damit eben bei schlechten Schneebindung besser zurechtkommt. Ein hochsportlicher Ski, der auf harten Pisten auch für hohe Geschwindigkeiten im mittleren Radien super zu fahren ist, sehr, sehr stabil ist und trotzdem seine Agilität nicht verliert. Das heißt, für gute Fahrer, die einen leicht zu fahrenden, aber trotzdem hochsportlichen Ski suchen, genau das Richtige.